Musik Wir haben natürlich die typische Situation, dass wir sehr gute Arbeitsmarktzahlen haben. Und jeden Monat hören wir natürlich die neuesten Jubelmeldungen aus Nürnberg zu den Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt. Allerdings in einigen Teilen Bayerns herrscht auch laut der Statistik der Arbeitsagentur nicht nur Vollbeschäftigung, weil die Realität in Bayern sieht teilweise anders aus. Bayerns Arbeitsmarkt ist auch tief gespalten. Im Freistaat Bayern arbeiten mittlerweile immer weniger sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Vollzeit. Vor zehn Jahren waren es immerhin noch rund 85 Prozent. Jetzt sind es nur noch 80 Prozent. Und der Trend nach unten nimmt immer mehr zu. Das Normalarbeitsverhältnis, so wie wir das kennen, das löst sich allmählich auf. Und Einzug hält die sogenannte atypische Beschäftigung und die breitet sich immer mehr aus. Die Fristungen sind an der Tagesordnung Leiharbeit. Das heißt also für mich moderner Sklavenhandel, Minijobs, Projektarbeit. Gerade bei Studenten, bei Absolventen nimmt immer mehr zu. Und die Niedriglöhne, die greifen immer mehr um sich. Und schon heute werden mehr als 500.000 Vollzeitbeschäftigte mit Niedriglöhnen abgespeist. Und das darf nicht sein. Der Anteil der befristeten Beschäftigungsverhältnisse ist in den letzten zehn Jahren um 70 Prozent angestiegen. Das muss man sich mal geben. Auf jetzt 373.000 insgesamt. Und viele Jugendliche nach der Ausbildung, die wissen eigentlich gar nicht mehr, wie ein unbefristeter Arbeitsvertrag eigentlich überhaupt ausschaut. Und wie können diese Jugendlichen dann planen für die Zukunft, für Familienplanung, wie es nicht alles geht. Das heißt, nach zwei Jahren ist Schluss, nach dem Teilzeitbefristungsgesetz. Und noch dazu kommt eins, dass es knapp 100.000 Menschen im Freistaat Bayern, obwohl wir die niedrigste Arbeitslosenquote haben im ganzen Bundesgebiet, Ende des Monats zur Arbeitsagentur gehen müssen und ihren Lohn aufstocken lassen müssen. Das heißt, die können von ihrer Arbeit, von ihrer Vollzeitarbeit nicht leben. Und das ist für mich staatlich subventioniertes Lohndumping für Unternehmer, die nichts davon halten, ordentliche Einkommen zu zahlen. Und das ist eine Staatsregierung, die aber auch nicht das Geringste unternimmt, um hier endlich einmal einen Riegel vorzuschieben. Im Gegenteil, sogar der Freistaat Bayern, der reiht sich in die Riege der Lohndrücker mit ein, weil er staatliche Aufträge immer an den größten Billigheimer vergibt. Der schaut also nicht mehr auf Qualität, der schaut also weder auf die Regionalität, sondern er gibt es, gerade im Bau- und im Bewachungsgewerbe ist es ganz schlimm, oder bei den Bahnstrecken, wo hier das mal so schaut, belohnt der Freistaat das Lohndumping tausendfach, anstatt hier auf Vorbildfunktion einzunehmen. In der Stadt Pfaffenhofen haben wir das allerdings nicht gemacht. Wir machen Ausschreibungen nach der Wirtschaftlichkeit und nehmen wir nicht nur den Billigsten, sondern der, der auch am wirtschaftlichsten ist und der für unsere regionale Wirtschaft dann auch von günstig ist. Auch die Zahl der Minijobs in Bayern ist gestiegen zwischen 2003 und 2011 um circa 950.000, also gut fast 1,2 Millionen. Das ist eine Steigerung von 28 Prozent. Und diese Minijobs, die greifen immer mehr um sich. Es ist ein weiterer Niedriglohn, und zwar ein extremer Niedriglohnsektor entstanden. Und die Minijobs in meinen Augen bieten also gar keine Perspektive, wie es am Anfang einmal gedacht war, dass man gesagt hat, die Minijobs sollen also dann in den ersten Arbeitsmarkt übergehen und dann eine gewisse Sicherheit auf Dauer bringen. Und das ist nicht der Fall. Da hat sich die damalige Regierung also auch verspekuliert, das war, muss ich zugeben, Rot-Grün, die das auf den Weg gebracht haben. Aber das war ein Weg in die Altersarmut. Und das ist der Anfang und gleichzeitig das Ende vor der Mür natürlich dieser Armutsfalle. Doch anstatt die Minijobs stärker zu regulieren, hat jetzt dann die nachfolgende Regierung die Verdienstgrenze von 400 auf 450 Euro angehoben. Und Sie kennen und Sie wollen auch nicht begreifen, dass die Minijobs, die sind kein Ersatz für normale Arbeitsplätze. Von dem kann man nicht leben. Die Menschen in Bayern, die brauchen abgesicherte sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen. Und das geht. Und das muss auch politisch gewollt sein. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich darf Sie recht herzlich zur traditionellen Maikundgebung im Pfaffenhofen begrüßen. Der Roland hat ja schon die ersten Themen angeschnitten. Der Hauptredner hat auch noch ein zweistündiges Redenprogramm vorbereitet. Von daher möchte ich mich kürzer fassen und die Lücke schließen. Wir haben gehört, es geht uns im Pfaffenhofen gut. Ich zitiere ihn ungern, aber in diesem Fall doch. Der Ministerpräsident hat letztes Mal gesagt gehabt, Deutschland geht es gut, Bayern geht es besser und im Pfaffenhofen läuft es am besten. Das kann man nach den Zahlen vielleicht auch erstmal so hinnehmen. Wir haben eine sehr niedrige Arbeitslosigkeit, wir haben ein sehr hohes Durchschnittseinkommen. Aber auch bei uns gibt es die prekären Beschäftigungsverhältnisse. Bei uns gibt es auch die Leute, die Vollzeit arbeiten und einen zweiten Job haben und trotzdem kaum über die Runden kommen. Und eine niedrige Arbeitslosigkeit ist nicht gerade besser für die Qualität der Beschäftigung, die die Menschen hier vor Ort finden. Und auch bei uns in der Stadt Pfaffenhofen werden die Schlangen der Wohnungsraumsuchenden länger. Leute, die sich, obwohl sie arbeiten, mit ihrem Einkommen am freien Markt keine Wohnung mehr leisten können. Also die Probleme, die es in Deutschland gibt, die gibt es auch bei uns vielleicht nicht ganz so konzentriert, aber sie sind da. Und in Gesamtdeutschland hängt es bei Weitem schief, auch wenn wir in Relation zu anderen Volkswirtschaften nach wie vor noch gut dastehen. Und so gab es auch im letzten Jahr unzählige Schnittpunkte zwischen den Forderungen der Gewerkschaften auf den unterschiedlichen Ebenen, auch hier in Pfaffenhofen. Vielleicht nicht ganz so angenehm die Frage, wie geht es weiter mit unserem Stadtwerk, das wir zum 1.1. gegründet haben. Dort gab es ganz naturgemäß, wie bei so einem Vorgang immer, auch Befürchtungen seitens der Mitarbeiter. Ich glaube, die konnten wir auch gemeinsam ausräumen, haben mittlerweile eine Lösung zur absoluten Zufriedenheit der Beschäftigten, ohne irgendwelche negativen Veränderungen erreicht. Aber da sind wir erstmal mit einer Mitgliedsgewerkschaft ein bisschen in die Haare gekommen. Einmal interessant auf der anderen Seite zu stehen, aber ich glaube, das Ergebnis am Schluss passt. Wenn ich weiter schaue, das gemeinsame Bündnis für die Bildungsgerechtigkeit in Bayern für die Abschaffung der Studiengebühren. Viele soziale Verbände von den katholischen Landfrauen über die Arbeitnehmerbewegungen ins Parteienspektrum hinein. Und natürlich auch der DGB mit seinen Einzelgewerkschaften als Unterstützer einen Schritt, den wir gemeinsam in diesem Jahr gehen konnten. Und wenn ich weiter schaue, letztes Jahr bin ich da gestanden dabei, über die Lohnverhandlungen im öffentlichen Dienst gesprochen und gesagt habe, die Stadt rechnet bereits mit knapp drei Prozent. Wir glauben auch, dass es angemessen wäre. Das konnte letztendlich auch durchgesetzt werden in einem zweistufigen Erhöhungsverfahren auf 24 Monate. Ich glaube, die Mitarbeiter im öffentlichen Dienst leisten hervorragende Arbeit und sind im direkten Vergleich zu so manchen Positionen in der Wirtschaft auch deutlich unterentlohnt. Das gilt natürlich gerade für den Sozialbereich und auch für die Pflegendenberufe. Dort haben wir wirkliche Probleme, dort kommen keine Leute mehr rein und das Geld, was man dort verdient, ist das nicht wert, wenn man seinen Körper dabei aufarbeitet und der Lebensstandard, den man sich dann halten kann, der ist nicht das, was man solchen Werktätigen gönnen wollen würde. Und so gibt es unzählige Punkte, die uns eigentlich auf allen Ebenen vereinigen. Ich richte jetzt noch einmal einen Blick auf die Landtagswahl. Es stehen ja zwei große Wahlen in dem Jahr an, Landtagswahl, Bundestagswahl. Die Gewerkschaften haben sich abgewöhnt, Wahlempfehlungen zu erteilen, weil die Mitglieder meistens eh nicht folgen. Aber an der Stelle, glaube ich, sollte man schon einmal anschauen, es gibt ein Positionspapier des DGBs zur Landtagswahl und ich möchte keine Parteienwährung betreiben, aber es sind die Punkte, die die Werktätigen, die einfach Beschäftigten bei uns in Bayern einfach treffen und die uns fordern. Und da würde ich kurz gerne etwas dazu sagen. Ich möchte nicht auf den Uli Hoeneß eingehen, wobei der symptomatisch ist für das zweigeteilte Denken im Land. Es gibt die Leute unten und die Werktätigen, die produktiv tätig sind und es gibt auch Leute, die nur von ihrem Vermögen leben können und Menschen, die mit Geld Geld machen. Das ist mittlerweile eine Kluft in der Realwirtschaft, die sich zum massiven Problem auswächst, ausgewachsen hat, momentan im Durchschnitt nur erträglich ist, aber die uns irgendwann auf die Füße fällt. Da, glaube ich, muss man gegensteuern. Und zum Gegensteuern bei der politischen Entwicklung im Landesbereich hat der DGB, wie gesagt, Positionen formuliert, drei Beschäftigungs- oder drei Bereiche. Einmal der Themenbereich, die Arbeit muss ihren Wert wiederbekommen mit einzelnen Forderungen runter. Wenn ich drauf schaue, Mindestlohn, ein Thema, da reden wir ja zum sechsten Mal bei euch da. Zum sechsten Mal ist das Thema Mindestlohn in der Diskussion. Mittlerweile sagen selbst alle, die es früher abgelehnt haben, sie könnten sich vorstellen, es wäre nötig, das machen wir, die haben es am Schluss nicht, wenn es zur Abstimmung kommt. Und da, glaube ich, wird es höchste Zeitung, wenn man vom Mindestlohn von 8,50 Euro rennt, da brauchen wir uns auch nichts zu vermachen. Der 8,50 Euro beschäftigt, der 40 Stunden in der Woche arbeitet, der hat am Schluss trotzdem ein Problem, auch wenn er den Mindestlohn bekommt. Und es gibt mit Sicherheit Grenzen eines Mindestlohns, die irgendwann auch volkswirtschaftlich negative Auswirkungen haben, aber bei 8,50 Euro wird diese Auswirkung mit Sicherheit nicht eintreten. Von daher eine sehr wichtige Forderung. Und ich hoffe auch, dass sich sämtliche Parteien, die hier in der Landtagswahl antreten und im Landtag vertreten sind, dann auch dazu bekennen und das dann auch durchsetzen und nicht bloß davon sprechen und es gut finden, sondern auch die gesetzgeberische Initiative dazu ergreifen. Und in der bayerischen Verfassung haben wir es ja übrigens schon seit 60 Jahren drinsteht. Von den an, vergleichen Sie selber, überlegen Sie selber, welcher Kandidat für Sie vor Ort der richtige ist, wie man zutreit, dass er Hand anlegt und dass er nicht bloß redet, sondern was tut. Verzweifeln und bei der Wahl nicht hinzugehen, ist keine Lösung. Wir haben nur eine demokratische Stimme, die wir Gehör verschaffen können. Da haben wir fast alle paar Jahre die Möglichkeit dazu. Jetzt wird es, oder alle vier, alle sechs Jahre wird es neu justiert. In diesem Sommer haben wir zweimal die Möglichkeit, einmal in Bayern, einmal in Berlin. Überlegt es euch, geht es nach außen, ergreift das Wort. Euer starker Arm, ihr wisst, was der kann. In diesem Sinne Glück auf und alles Gute. Nachdem die Führung des ADGB die Nationalsozialisten gewähren ließ, den 1. Mai als Feiertag der nationalen Arbeit zu inszenieren, besetzten und verwüsteten tags darauf die Schlägerkommandos der SA, im ganzen Land die Gewerkschaftshäuser, die Büros und Wohnungen der Funktionäre. Viele aufrichtige Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter wurden verhaftet, verschleppt, gefoltert und ermordet. Unter ihnen Georg Oberhäuser. Georg Oberhäuser, der Eisenbahner, der sozialdemokratische Gewerkschaftssekretär der ersten Stunde in Ingolstadt, der Unermüdliche, der sich nicht brechen ließ und sich nicht einschüchtern ließ. Zweimal verhafteten sie ihn und brachten ihn nach Dachau in sogenannter Schutzhaft. Erst 1933, sofort nach der Machtergreifung und noch bevor die SA schergen, gewaltsam das Gewerkschaftshaus in der Eselbräustraße, die heute den Namen Oberhäusers trägt und die da etwa diese kleine Straße an der Galeria Kaufhof ist, stürmten. Und dann noch einmal 1944. Bei der Reichsbahn schmissen sie ihn raus. Eine Arbeit als Hausierer von Putzmitteln verweigerten sie ihm. Er hatte Glück, er überlebte. Und er machte sich unmittelbar nach der Befreiung durch die alliierten Truppen an das Vermächtnis eines anderen bayerischen Gewerkschaftsführers, der die Diktatur der Nazis nicht überlebte. Er arbeitete an dem Vermächtnis, welches Wilhelm Leuschen am Abend, bevor ihn die Nazis an den Galgen hängte, uns allen mit auf den Weg gegeben haben, als er aussprach, morgen werde ich gehängt, schafft die Einheitsgewerkschaft. In vielen bayerischen Städten, unter anderem in Ingolstadt, Regensburg und Landshut, wird der DGB morgen in Gedenkveranstaltungen an die Erstürmung der Gewerkschaftshäuser alle sozialen Sicherungssysteme in Europa niederreißen. Die Agenda 2010 endete in der BRD 2010, weil sich offensichtlich aus den Lohnabhängigen, den Rentnern, den Arbeitslosen nicht mehr herausschlagen ließ. Ihre Fortsetzung findet sie derzeit europaweit. Die Agenda Merkel für Europa ist schnell beschrieben und lautet Lohnverzicht europaweit, Rentenalter erhöhen europaweit, Arbeitslose schikanieren europaweit, Kündigungsschutz abbauen europaweit, Leiharbeit ausbauen europaweit, Kranken- und Pflegeversicherung privatisieren europaweit, Steuerhinterziehung legalisieren europaweit, Bildung privatisieren europaweit, Gewerkschaften schwächen europaweit. Das ist das, was Merkel mit der neoliberalen Politik in ganz Europa vollführen will. Verlaufen nicht entlang der Nationalstaaten. Den Lohnarbeiter bei Peugeot quälen die gleichen Nöte wie denen in der Audi und noch mehr bei Opel in Bochum. Und die Industriegewerke, Reinigungskraft bei Peugeot oder bei Citroën und bei Opel und in der Audi, die die Flure der Vorstandsetagen nach Quadratmeterpreisen im Akkord putzen muss und am Ende nicht das Existenzminimum trotz Arbeit hat, die unterscheidet nichts, aber auch nichts voneinander, außer der Nationalitäteneintrag im Personalausweis. Die Grenzen verlaufen nicht zwischen den Nationen. Sie verlaufen zwischen denen, die Arbeit schaffen und denen, die die Arbeit anschaffen. Und alles andere ist... ...und immer mehr Menschen ein Zweitjob, um über die Runden zu kommen. 4.609 Berufstätige waren hier im vergangenen Jahr auf einen Minijob als zusätzliche Einnahmequelle angewiesen. Blickt man 10 Jahre zurück, so handelt es sich dabei um eine Steigerung in Höhe von 142%. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich weiß, wovon ich rede. Ich spreche ja viele Kolleginnen aus den Niedriglohnsektoren dieser Republik an, weil wir sie als Gewerkschaft NGG vertreten. Da ist die Fleischindustrie, die Gastronomie, das Fleisch- und Bäckerhandwerk oder das Beherbergungswesen und eines, das dürfte mir getrost bleiben, Glauben aus purer Lust an einer 55- oder 60-Stunden-Woche macht das von denen, die ich kenne, keiner. Die Leiharbeit griff in den letzten Jahren immer weiter um sich. Ihr Anteil liegt inzwischen an der Sozialversicherungspflicht, die Beschäftigten bei 3%. Leiharbeit ist kein Sprungbrett in den regulären Arbeitsmarkten von interessierter Seite. Das selbe Jahresgehalt, wie Männer fast ein Vierteljahr länger arbeiten müssen. Das macht viele Menschen wütend und sie sind zu Recht wütend. Wir wollen und wir brauchen die Frauen in den Betrieben und Dienststellen und wir wollen sie zu den gleichen Löhnen, wie auch Männer bezahlt werden. Das ist die Steuer, von der wir gerade reden. Hätte man alles gelassen, wie es ist, während dadurch legt man die Steuereinnahmen 2008 zugrunde, seitdem ca. 19 Milliarden Euro mehr zu verfügen gewesen. Damit hätte man die Erzieherinnen in diesem Land gescheit bezahlen können. Aber damals hat nun einmal der damalige Finanzminister argumentiert, wie wisst ihr noch, wer das war, Herr Steinbrück, besser 25% auf X als 42% auf Nix. Ein flotter Spruch. Hinter dem sich verstecken ließ, dass die einen weitreichende Amnestieregeln erhalten, wenn sie ihre Steuermillionen uns entziehen, währenddessen der ALG II-Bezieher als Sozialschmarotzer denunziert wird und seine Leistung gekürzt bekommt, wenn er einen Termin im Jobcenter verpasst. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist gelebte Reichtumspflege zugunsten Steuerflüchtiger. Ich habe jetzt einiges, nicht alles skizziert und ich will hier nicht enden mit diesem Pathos, es sei alles schlechter geworden. Man könne nichts machen, es sei nichts zu tun, die Solidarität habe abgenommen und das ganze Gegreine und die Jammere von Leuten, die sich entweder eingegerichtet haben oder die auf der anderen Seite aufgegeben haben. Wenn ich durch meine Betriebe gehe, dann erlebe ich so viele Geschichten von Solidarität, vom Zusammenstehen, vom Erreichen auch. Und diese Geschichten sind die, die wir uns weitererzählen müssen. Ihr habt das ja in der Presse auch hier lange verfolgt. Ich hatte das Vergnügen, den ziemlich aufwendig geführten und auch mit viel Herzblut bestrittenen Kampf zum Rast aus Holledau und darüber zu führen, ob nun die Herren Förster, die beiden neuen Geschäftsinhaber nach der Insolvenz, einen Betriebsrat dulden oder nicht dulden. Und was die Menschen dort durchgestanden haben, war nicht vom Pappe. Drei Kündigungen der Betriebsratsvorsitzenden, zwei Verfahren, Abschaffung des Betriebsrates, 17 Verfahren vor dem Arbeitsgericht. Und ich habe immer gesagt, wir können prozessieren, wie wir wollen. Wir werden diese Auseinandersetzung nicht vor dem Arbeitsgericht gewinnen, sondern wir werden sie betriebspolitisch gewinnen oder betriebspolitisch verlieren. Und die Belegschaft in der Holledau hat eines gemacht. Sie hat sich von ihrem Betriebsrat nicht verabschiedet, sondern sie hat ihren Betriebsrat unterstützt von der ersten Nacht in eure Beziele und bewahrt euch die alte Melodie aus den Anfängen der Industrialisierung, die von ihrer Gültigkeit, aus meiner Sicht zumindest, noch nichts eingebüßt hat. Sie lautet, Mann, oder meinetwegen gerne auch Frau der Arbeit, aufgewacht und erkenne deine Macht. Alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm ist. Euch allen, euren Familien, wünsche ich einen schönen und erholsamen ersten Mal. Glück auf! Applaus Vielen Dank!